Nuke! Bills will break inside! André, gerügt! Der andere, bitte! Nein! Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute spielen wir einen 16-Spieler Bad Wars, aber mit 14 Leuten, weil, keine Ahnung, es sind einfach zwei zu wenig gewesen. Es ist sehr wild, es ist ein Duo-Bad Wars, Freunde. Und Bad Wars kommt immer extrem gut bei euch an. Deswegen supportet jetzt Like und Abo und das Video bis zum Schluss durchschauen, Freunde. Damit supportet ihr extrem krank. Natürlich Ton an, Freunde. Wichtig, weil YouTube sortiert das sonst aus. Und, Wodemann ist dabei, Freunde. Community-Tester, wir gehen rein bis oben. Warte, wir verstarren einfach. Die anderen haben Pech. Einmal kurz schon angetestet, Freunde. Wir sammeln hier diese Steine auf. Damit können wir uns Holz holen, Wodemann. Leute, Leute. Hol Metall, Metall zuerst, Bro. Erst Bett einbauen, oder? Sollen wir Defi gehen oder sollen wir auf Busch? Wir gehen auf Definition, Digga. Okay, auf Defi-Phase. Ja, auf Defi-Phase, Digga. Auf 8% Körperfett gehen wir. Genau, auf Info-Modus. Dafür bräuchten wir 10 Jahre, aber. Ja, kriegen wir schon einen Enzy-Modus. Wir gehen auf Enzy-Modus, Jungs. Abwart. Ich habe selten so einen sympathischen Mensch wie ApoRed gesehen, wirklich. Digga, der Typ hat es echt geschafft. Wo baue ich hin? Digga, das ist alles todesweit weg. Ah, nee, wir müssen da in die Mitte. Komm direkt mit Neues, wenn du kannst, ne? Komm direkt mit Neues. Ich komme direkt mit Neues, wenn ich kann. Neues Stoff. Ich bin da. Oh, ich habe Kristall. Ich komme. Wir müssen die Mitte verteidigen, Wodemann. Ich komme. Ich baue hier Mauern hin. Ich komme. Okay, komm, komm, komm. Wir müssen hier die Base verteidigen und die ganze Zeit den Kristall aufsammeln. Hier, oder sollen wir in die Mitte? Ich glaube, in der Mitte gibt es Malachit. Digga, wir sind in der Mitte. Komm. Komm. Wir sind Kristall mit. Ich weiß gar nicht, ob man Sachen verliert. Ich glaube, man verliert sogar seine Sachen, Freunde. Wir können auf Sneaky-Basis später nach oben rechts. Oh mein Gott. Das hat auch keiner gehört jetzt, weil wir nicht das gut. Nein, nein, nein. Guck mal da oben, Malachit. André, hier. Es kommt einer. Auf der Münzes. Auf der Münzes. Sie kommen. Weg da, Junge. Ich habe alles mit. André, er hat Kristall. Er hat Kristall. Ich habe alles mit. Ich bin Base. Waze. Oh mein Gott, ich habe Ice-Crim seine Ehre genümmt. André, komm zurück. Ich komme zurück. Ich komme zurück. So schnell wie du kannst. Ich habe Todes. In der Wind. Ich fühle mich gerade wie Breaking Bad, Digga. So viel Kristall habe ich. Das war wild. Ja, ne? Der Satz war wild, ne? Der war wild, ne? Oh mein Gott, ich bin fast runtergefallen, Digga. Fällt. Alles gut. Ich habe Kristals am Start. Alles gut. Okay, was mache ich jetzt? Was kann man damit kaufen? Guck mal hier, Waffen. Ruffen. Oben. Guck mal, oben. Warte, warte, warte. Warte, oben. Guck oben. Guck oben erst. Warte, warte. Was oben erst? Oben, was? Oben gibt es, äh... Bro, guck mal oben bitte ganz kurz. Warte, guck mal. Wir brauchen 150 von diesen Steinen. Dann können wir uns eine AR holen. Das ist direkt Vorteil. Stimmt. Wie viel habe ich? 104. Wie viel hast du? Ich habe 24. Ja, okay, okay, okay. Easy, easy. Ich habe 56. Ja, dann kauf mal. Was, AR oder was? Hol dir was, was du Bock hast. Ich hole jetzt für uns... Ich habe AR geholt. Digga, diese Sims-Zeichen da oben auf dem Kopf. Die machen mich ein bisschen komisch, Digga. Oh, die battlen da. Naja, schieß sie ab. Aber mach nicht zu viel, weil wir haben ja Dings gemacht, dass man nicht so viel schießen darf. Unfair, unfair, ist schon. Ace, was ist das? Can't afford. Bro, ich gehe weiter zu dem Kristall. Ich habe mir Kristalle. Man kann mit diesen grünen Kristallen, kann man sich Sachen holen. Nuke-Bilds. Halt dein Maul. Digga, man kann hier krasse Sachen kaufen, Freunde. Aber ich spare jetzt auch noch ein bisschen Steine. Und dann hole ich mir auch mal AR, Freunde. Leute? Ich bin tot, André, nein. Nein, da war ein Fool, Leute. Beim Kristall, beim Kristall, beim Kristall. Du hast deine Waffen verloren, ne? Ja, die haben sie mir geklaut. Ja, man verliert seine Waffen. Ja, die verliert sie mir in seinem Laufen. Außer die Pumpgun. Boah, jetzt haben die die Waffe, Digga. RIP. Egal, nicht so schlimm. Gib mal, gib mal, gib mal, gib mal schnell. Was, 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 was? Ich hab 12. 12 nur? Boah, perfekt. Die sind da, die sind Mitte. Die haben geklaut, die Hund. Was machen die bei uns, Digga? Das sind unsere Kristalls. Ist wieder Mitte. Wir müssen die Links holen, André. Ich sag dir, die sind gefährlich. Die sind gemeingefährlich. Ja, ganz gefährliche Menschen. Brauchst du wieder Crystals? Sind die weg? Ich werd abgeknallt. André, komm zurück. Alles easy. Ich hab einen gebaut. Wir müssen hier die Mitte verteidigen, Digga. Ich komm jetzt, ich komm jetzt. Warte. Hab ihn. Alessio geht's gut. Hauptsache Alessio geht's gut, Digga. Nimm seine Kristalle. Warte, warte, warte. Ich komm gleich. Ich bringe uns was Geiles mit, André. Bin ich der Early? Er hat den Metall. Nice. Bleib da, bleib da, bleib da, bleib, bleib, bleib. Ich verteidige. Oh mein Leben, ich sag's dir. Er kommt, er kommt, er kommt. Einer kommt. Sneaky. Mach ihn weg. Dreißiger Hit. Good upgrade. The white team has been upgraded to the island. Haben wir? Gönn dir, gönn dir, gönn dir hier. Nein, wir sind gelb. Hallo. Siehst du den? Digi nicht, du dumm guckst. Wir werden gerusht. Schönes Ding, Digga. Sammel auf, sammel auf. Wir haben full Steine. Sie sind mit. Egal, wir müssen die pushen, wir müssen die pushen. Es ist, glaube ich, klüger, wenn wir Muni holen. Ja, Bro, aber auch Dings hier, Schild. Richtig und richtig. Ich sag dir, ich kann aufheben. Alle Astoland, guck mal, was wir uns damit kaufen können. Wie viel waren das? Elf. Von welchen Kristallen? Von denen? Oha, wir können uns hier sowas zu... Damit können wir bad rushen, Bro. Komm mal, komm mal, komm mal hier. Oh, was ich mach. Was? Das ist vielleicht nicht so dumm, weil wenn wir da rüberlaufen, aktiviert sich das vielleicht. Nee, aktiviert sich nicht. Okay, wenn ich aber hingehe... Nee, das ist nicht. Oh, Mann. Wir gehen da in die Mitte, Digga. André, 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 André. Warte, warte, warte. Warte, wir haben noch mehr, wir haben noch mehr. Wir können noch was kaufen. Lass mich kurz... So, Digga, wir müssen eigentlich permanente Upgrades kaufen wie die anderen. Wir sind dumm, Digga. Wir müssen Mitte. Upgrade. The Yellow Team has upgraded the Island to Base. Zwei Sterne haben wir jetzt, Ode, Mann. Let's go. Wir haben Vorteile erarbeitet. Jetzt kriegen wir Kristalle, André. Ja, geil, Digga, let's go. Komm, wir müssen wieder unsere Kristalle-Base verteilen. Warte, 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 warte. Ich schieße das mal hier weg. Boah, es gab 400, Digga. Was, 400? Oh mein Gott, in der Mitte ist jemand. Ich hab ihn, ich hab ihn. Okay, ich dropp alles. André, let's go, rein da. Juge, er hat die Todeskristalle. Alter, Maul. Let's go, ich komm, ich komm. Wir müssen die Rack-Digga, wir müssen dezimieren, minimieren, Dezimalzahlen. Ja, 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 ja. Die Leute bauen sich hoch in der Mitte. Guck mal, Bro, hier. Siehst du den da oben? Ja. Der, da, der farmt da dieses Malachrit. Ja, ja, übelklug. Ja, lass den mal klatschen, lass den mal weghauen. Lass den mal wirklich weghauen. Willst du? Geh links. Ja, wir müssen die Rack-Rushen, Bro. Komm. André. Okay, ich hab prepared. Decken die uns nicht? Die Ekeling. Bild. Bild. Mit Mine, mit Mine. Ich geh auf sein Bett. Rauf, 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 rauf. Bau zu, bau zu. Rein, 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 rein. Sie kommen. Einer down. Schön. Rack-Rushen, rack-Rushen. Ich bau zu, ich bau zu. Ja, ja, ja. Rush the Rack. Ich bau ab. André, wir haben's gleich. Come on, Baby. Come on, Baby. Verleg's, verleg's, verleg's. Einer down. Einer rechts. Nice. Tire down. Hold on, hold on. Baby. Weg. Ich hab keine Ammo mehr. Nein, ich bin down, André. Du musst regeln. Ich bin auch down. Egal, egal. Wir haben ein Team komplett zerfetzt. Scheiß drauf. Wir haben nur ein Leben. Scheiß drauf. Oh, wie viel hier wiegt, Bruder? Guck mal. Alles mit, alles mit. Oh mein Gott. 400, Bro. Ich hol mir eine Scar. Ich hol mir eine Scar. Gönn dir, gönn dir. Gönn dir hier die Kristalle. Es kommt jemand, es kommt jemand. Junge, wir kriegen 64 auf einmal. Pass auf. Digga, wir müssen nochmal upgraden. Ja, müssen wir, müssen wir, müssen wir. Zehn Grüne brauchen wir dafür. Wir müssen, wenn du weißt, was unser Ziel ist. Nuke. Builds will break in zwei. André, direkt da, direkt da, direkt da, andere bitte. Nein. Was war das, Digga? Die haben sich eine Nuke gekauft, die Ekligen. Das ganze Bild ist weg, ne? Ja. Alles, was gebaut wurde, überall. Ja, 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 ich weiß. Wir werden gerasht, oder? Nein. Oh. Von den Losties, die schon draußen sind. Okay, ich komm. Ich bin down, ich bin down. Ich bin down. Alles gut. Komm, ich komm, ich komm. Wir brauchen. Ich bin da. Das Ding ist, die haben sich selbst gekillt. Wenn sie uns jetzt nicht finishen, dann sind sie raus. Down? Nice, einer down. Der andere ist weggelaufen. Wo ist der andere? Hier ist ein Malachit. Habe ich? Nimm ihn bei mir. Nimm ihn, hops. Hab ihn ausgenommen. Let's go, sie sind raus. Die sind raus. Die sind raus. Die sind raus. Let's go. Wir haben, wie viel Malachit? Wir haben fünf Malachit. Ich hebe kurz alles auf und guck nach. Ja, fünf Malachit. Wir müssen upgraden. Wir müssen upgraden. Ich grade oben ab. Bro, für zehn Kristalle einfach Grappler. Wir können damit tot rushen, Bro. Wir brauchen 20 Kristalle. Wir können mit zehn grünen Kristallen Dings holen. Hast du Grapplers geholt? Ich habe genug Schuss. Ich habe genug Schuss. Ich habe einen Grappler geholt. Warte, ich hole noch einen. Hier, legt. Legt, legt, legt. Okay. Hast du genug Schuss? Du musst anders droppen. Ich droppe das hier. Ich droppe das grüne Zeug hier. Ich hoffe, dass die spawnen nicht. Hier. Oder sollen wir das mitnehmen? Weil wenn wir sterben, die spawnen das. Nein, 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 nein. Nein, das ist die spawnen nicht. Gar, Grappler, drei, vier Fische. Und ich nehme noch einen Mini mit. Okay, lass den Rest hier liegen und wir gehen jetzt rein. Wo, wo, wo? Wo gehen wir rein? Wir müssen eigentlich auf die, die die Base drei haben. Aber die sind wahrscheinlich Profis. Purple, Bro. Purple. Wo sind die? Wo sind die? Guck mal, die felsen sich da. Da hinten links. Let's go, let's go. Let's go. Wohin, wohin, wohin? Links, links. Purple. Die chillen da. Sie wissen, dass wir angreifen. Sie sehen. Streamsniper. Werden angegriffen. Warum werden wir von jemand anderem angegriffen? Guck mal, die eklingen an. Polo fast down. Ja, er ist da eklig. Er ist eklig, Bro. Er ist eklig. Ich weiß, wie eklig Polo ist. Er hat mich eingeschossen. Wo ist er? Oh, er hat uns eingeschossen, glaube ich. Egal. Wir können hier raus. Er ist down, er ist down, er ist down. Er ist down. Bro, er hat sechsmal nach Hiete. Er hat sechsmal nach Hiete. Werden angegriffen vor den Ice cream oder so? Ich hab, ich hab Dings Tür... Ich war eigentlich so... Ich war schon, das ist fast. Ice cream down. Schön. Ich baue mich ein, ich baue mich ein. Ulo kommt. Ich bin fast down. Ich bin fast down. Ich komm, ich komm, ich komm. Bro, die werden nochmal gepusht. Bro, helf uns. Du hilfst uns. Bro, oh mein Gott. Ice cream wieder down. Ich muss mich heilen. Ich bin tot, André. Ich bin tot. Er hat wieder die... Sechsmal nach Hiete. Ich hab keinen Schuss mehr. Ich hab keinen Schuss mehr. Ich muss durchziehen. Ich hatte 70 Schuss, ich hab alles verballert. Okay, ohne Mann. André. Runde Nummer zwei, sagst du? Runde Nummer zwei. Die haben Rift. Ekelig. Wohin geht die? Die gehen zu der Base, die kaputt ist. Wollen wir sagen, egal auf Lila, weil, Digga, da ist alles verliebt. Ja, die sind durchgeschwitzt. Aber guck mal, Bolo geht weiter zu. Lass die doch, lass die doch. Der pusht die doch. Ist doch geil. Ja, weil anschwächen ist immer gut. Team Weiß ist das. Guck mal, was die da gebaut haben. Ich hab richtig viel. Ich hab richtig viel. Wo sind die? Digga, halt einfach Laser des Lebens bekommen. Okay. Zwölf Stück. Wir können upgraden. Let's go. Grade ab. Kann ich nicht. Wir brauchen acht normale Kristalle. Okay, Freunde, wir upgraden auf drei. Hey, wir kriegen jetzt hier auch dieses Malachit. Ja, sehr wild, sehr wild. Ab jetzt geht's los. Jetzt können wir einfach chillen. Oder man, es gibt mythische Waffen, ne? Plus eins. Tausend plus eins. Bro. Digga, guck mal, wie viele wir haben. Bro. Guck mal, wie viele wir haben. Let's go, Digga. Easy oder nicht? Ich glaub schon, ja. Ich glaub, entweder rechts oben oder Mitte, Digga, oben. Oder den hier. Oder den. Wir können holen. Willst du probieren? Lass es probieren. Okay, komm. Ich hab Gold. Okay, pass jetzt auf. Oder man. Ja. Guck dir das Schöne hier, was ich anmache. Rennt. Alles. Ich hab ein neues Ziel, oder man? Wir müssen auf die Seite. Komm. Wir brauchen, warte, warte, warte. Lass auf den sparen, bevor wir reingehen. Echt? Auf den rechts oben. Ja, easy, Digga. Haben wir schnell. Weißt du, was wir holen müssen, oder man? Wir müssen den da oben rechts holen. Das hier. Ich hab sieben. Soll ich kaufen? Du's. Let's go, baby. Oh, shit. Let's go, baby. Versteckt euer Popo. Oh, ne Witz. Boom. Boom. Let's go. Aber in der Base geht nichts kaputt. Das ist nur außen. André? Ja? Are you ready? Schau rot an. Okay, okay. Let's go. Oh, Digga, ist das nämlich, Digga. Let's go, Junge. So, Digga, ist das, Digga. Hast du endlich Schuss davon? Und jetzt geht los. Die haben Schuld. Die haben Schuld. Nee, aber ich hab ihr gekauft. Die ist noch schießt. Junge, wie viel Leben hat das Ding? Digga, ich weiß nicht. Warum schießen die anderen auf uns? Das ist doch Vorteil für euch, wenn wir die killen. Junge, wie viel Leben hat das Schild? Unnormal. Oh, du Mann, ich hab eine Idee. Einen ultimativen Plan. Dafür müssen wir was erledigen. Deswegen ist, die Leute hören uns ja. Dementsprechend muss ich dir das leiser zählen. Komm mal her. Ja. Das hier kaufen. In der Mitte. Und dann? Ja, warte, warte, warte. Dann müssen wir erstmal sparen. Weil, guck mal, dann lass uns das da oben auch kaufen. Die pushen uns. Die pushen uns über uns. Ah, nee. Die helfen uns. Die helfen uns. Wir haben Allianz, glaube ich. Doch, die helfen uns. Wir haben Allianz. Wir haben Allianz. Wir haben Allianz. Allianz. Alejandro. Okay, warte, lass sie mitnehmen. Ich hab einen Miesen-Shot kassiert, oh mein Gott. Lass sie mitnehmen, lass sie mitnehmen. Hol die Damage-Boost. Okay, wir haben Allianz, Digga. Let's go. Jetzt, kommt der, Jungs. Kommt der, kommt der. Alle her, komm. Es geht rein, es geht rein. Allianz gegründet. Äh, André? Sorry. Ich war lost. Los geht's, Team Rot. Team Rot, Team Rot. Angriff! Lorenz! Schötting. 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 Die haben gar kein Bett mehr. Oh mein Gott. Doch, haben sie. Haben sie jetzt. Schüt inspiriert. Schüttercel ist weg. Ich hab noch ein Dix hergeschmissen. Vorsicht. Let's go. Ich cap die. Ich habe eine Rakete gemacht. Bed ist gleich down. Ander Bett ist gleich down. Vorsicht. Ich spawn camp die. Let's go, down. Ich bin down. Ich bin Warchung. Was? Was? Nein, ich bin auch down. Nein, Gugeta hat alle geholt. Er hat auch Double Damage angehabt. Sweat Gator, Digger. Egal, aber ich glaube, deren Bett ist kaputt, glaube ich. Rechts drei, ja. Bett ist kaputt. Let's go. Geil, geil, geil. Schönes Ding, schönes Ding. Weggerusht, Digger. Oh, André. André, komm. Komm, komm, komm. Abfahrt. Wo ist der andere? Oder so, egal. Abfahrt. Rein, 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 rein. Das sind andere. Hier ist Sweat Gator. Hier müssen wir töten. Er ist bei mir. Er ist Half-Life. Eisgrip, hol ihn. Gugeta liebt immer noch. Wie, Junge? Bro, wie, Bro, wie, wie? Einer noch. Weiß, 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 weiß. Scheiß auf Rot, Scheiß, wo geht da? Da wird eh nichts mehr. Weiß. Weiß campen nur. Guck mal, die campen immer noch. Ja, das ist immer der. Die sind nicht einmal gelaufen, glaube ich. Ja, weiß. Let's go. Aber hey, wie ist die Sohskoto? Sorry, Bolo. Wollte ich nicht. Pass auf, unten. Die haben Pyramide gebaut, Digger. Down. Ich bin das, ich bin das. Alles easy, alles easy. Das Schild hat 25.000 Leben, Jungs. André, ich bau ab, ich bau ab. Ich mach 187 Damage. Du musst es verteidigen, André. Egal wie. Alles gut. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Alles easy. Alles gut, alles ist gut? Alles easy. Jemand macht irgendwas kaputt bei mir. Hab beide, hab beide. Ich hab noch einen. Let's go. Ich muss weg. Okay, jetzt wird schwierig. Wir haben 4.000 nehmen noch. Ich und Bolohound drauf. Hab auf Ziggy noch einen geholt. Schön, schön, schön. Oh mein Gott, oh mein Gott. Pass auf, pass auf. Bolobau zu. Wir sind drin. Wir machen gerade alles down, André. Bett. Wir gehen jetzt auf Bett. Easy, easy. Bett 5.000 nehmen. 500 D IQ. Ich hab ihn weggeholt mit Rift. Ich hab ihn weggeholt mit Rift. Und man, ihr könnt weiter machen. Overtime. All bets destroyed in 10 Sekunden, Bro. Oh mein Gott, wie geil. Lass du dieser Farbe hier, Odomar. Okay. Ja, lass hin. Let's go. Hier, hier, unten, unten. Lila. Bro. Oh, 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 oh. Ich werd angeschossen. Odomar dead. Nice. Wo ist der andere? Wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der Mate? Weiß nicht. Down in the Mate, guys. Oh, nicke. Okay, warte, warte, warte. Warte. Let's go. Ja. Let's go. Okay. Warte, warte, warte. Komm mit, komm mit, komm mit. Wir gehen direkt weiter. Wir gehen direkt weiter, André. Ja, okay. Komm, 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 komm. Bist du full? Ich bin full, full. Komm, ich hab zwei Stück. Nimm, kannst auch eins nehmen, wenn du willst. Kann ich, kann ich. Du kannst auch stacken. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Egal. Was ist noch? Was ist noch? Ich glaub, das da. Siehst du meinen Ping? Ja, ja, true. Ich glaub, die noch, oder? Ja. Ich glaub, die sind down, oder? Da liegt zu viel. Okay. Next one. Bist du bereit? Ja, 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 komm, 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 komm. Vorsicht. Geh weg, geh weg. Sei bereit. Ja. Go. Hier links. Hier draußen irgendwo. Das ist Sweat, Noah. Er hat mir einen Warning gegeben, fast. Hier, dich, hier, dich, hier, dich. Was ist hier? Erst oben, erst oben, erst oben. Vorsicht. Pass hier, lass hier auf, safe. Ich werde von hinten abgeknallt. Wo bist du? Ich bin safe, ich bin safe. Ich kann nicht zu dir, ich komme nicht zu dir. Er baut sich irgendwo ein die ganze Zeit. Ja, ja. Wo? Ich werde abgekalt. Ich bin's nicht AP. Hab ihn richtig gelasert. Wo ist der, wo ist der? Irgendwo da. Junge, es lag, wenn ich schieße. Ich bin down. Schade. Ich bin tot. Nein. Wer hat gewonnen? Diese Base-Odoman, wo du meinst, da sind noch welche. Wo wir sagen, nee, die sind alle tot, die leben noch. Die leben noch. Oh mein Gott. Trefft euch mit und fetzt euch. Bis wir jetzt einen Gewinner sehen. Safe. Und? Ja, jetzt gibt's halt. Oh, Noah geht. Lavinia wird auseinandergenommen. Lavinia. Lavinia, Mann. Traum-Power, gib ihm. Sehr Danks. Ich sag dir. Au. GG. Noah. GG. Noah hat rasiert. Am Schluss hat die da rumgeschwettet, aber es war irgendwie cool. Freunde, wenn euch das gefallen hat, wir haben 52 Minuten aufgenommen. Recipes on Sly. Wenn euch das gefallen hat, checkt Odoman ab. Wir waren noch live. Wir gehen auch öfter live und so. Kommt dann vorbei. Wir sehen uns dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.